Einen guten Morgen wünsche ich Ihnen und grüße Sie mit einer weiteren Ausgabe des Videotickers vom Frankfurter Börsenbrief. Schauen wir auf die Märkte. Gestern gab es Rückgänge, nachdem der Dienstag ja noch relativ stark gewesen war. Gestern doch viele europäische Indizes auf der Verliererseite. Der DAX gab gestern 0,85% nach. Auch in den USA waren die drei großen Indizes, also der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq, auf der Minusseite zum Handelsschluss beim S&P 500, der ja ein sehr breiter Index ist, gab es einen Rückgang um 1,01%. Zahlen kamen von Goldman Sachs für das vierte Quartal. Der Rentenhandel lief schwach. Das Nettoergebnis hat sich etwa halbiert auf 2,2 Milliarden Dollar. Allerdings war das vierte Quartal 2009 auch ein recht hoher Vergleichswert. Die Messlatte hing also relativ hoch in Bezug auf den 2009er-Wert. Im Gesamtjahr schaffte man ein Nettoergebnis von 7,7 Milliarden Dollar. Das war ein Rückgang von 37%. Die Aktie gestern relativ schwach mit etwa 4,7% auf der Minusseite. Schauen wir ein wenig nach Osteuropa, nämlich nach Polen. Polen an sich ein sehr interessanter Markt. Die Polen sind ja insgesamt mit der Finanzkrise gut zurechtgekommen. Die Wirtschaft ist relativ stabil und gut. Erstmals seit 2008 gab es eine Leitzinserhöhung, nämlich um 25 Basispunkte hoch auf 3,75%. Das kann man werten als ein Zeichen für Stärke, dass die Polen es sich zutrauen und wirtschaftlich so stark sind, dass sie eben hier schon ein wenig auf das Bremspedal treten müssen. Machen wir einen kleinen Überflug durch einige Zahlen bzw. Aktien und Aspekte. Klöckner & Co. kauft zu in den USA. Man kauft das Stahl-Service-Unternehmen Max Steel Service Center und der Aktie tut es sehr gut. Sie ist heute mit etwa 6,3% fester. Durch den Zukauf kann man den US-Umsatz in etwa verdoppeln. Hier haben sie den längeren Chart vor sich und wie man sehen kann, bei etwa 24 Euro könnte es auch erstmal etwas eng werden. Eine gewisse Pause wäre hier durchaus denkbar. Brenntag, der Chemie-Distributeur, da gibt es eine Veränderung im Aktionärskreis, nämlich der Großaktionär Brachem Acquisition, das ist eine Zweckgesellschaft von mehreren Finanzunternehmen, BC Partners, Bain Capital und Goldman Sachs, reduziert die Beteiligung um 13,6% bzw. 13,6% der Anteile an Brenntag werden abgegeben. Der Streubesitz von Brenntag steigt auf 64%. Hält die Unterstützung bei 70 Euro nicht oder 69 Euro nicht, dann könnte es hier nochmal runtergehen in Richtung 64 Euro bei der Brenntag-Aktie. Wieder mal ein negatives Signal gibt es bei Pfleiderer. Die Aktie war gestern schon recht schwach. Im Zusammenhang mit der Restrukturierung haben sich zwei Aufsichtsratsmitglieder zurückgezogen. Wieder mal ein negatives Signal. Wir hatten ja im Frankfurter Börsenbrief bereits auf den Insider-Verkauf durch den Cheflänker Hans Overdijk hingewiesen. Das gesamte Geschehen hier im Aktionärskreis und auch hier im Aufsichtsrat macht keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck für die dringend benötigte Restrukturierung und Sanierung des Unternehmens. Das Risiko ist hier viel zu unübersichtlich, viel zu hoch. Bitte meiden Sie auf jeden Fall diese im Moment sehr hoch spekulative Aktie. Tipp 24, hier gibt es Gutes zu berichten. Die Axt ist ja auch Teil unserer Empfehlungsliste im Frankfurter Börsenbrief. Nach vorläufiger Rechnung ist das Jahr 2010 besser gelaufen, als man das erwartet hatte. Der Umsatz wird wohl etwa gelegen haben, nach vorläufiger Rechnung, bei 104 Millionen Euro. Das operative Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, dürfte bei etwa 30 Millionen Euro gelegen haben. Vorherige Prognose waren 90 Millionen Euro beim Umsatz und 20 Millionen Euro beim EBIT. Zum Terminkalender. Für heute war bzw. ist angesetzt Deutschland Erzeugerpreise Dezember, EU-EZB-Monatsbericht Januar, bzw. Euroland dann hier USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche, der Index der Frühindikatoren Dezember, Philadelphia Fed-Index Januar und verkauf bestehende Häuser Dezember. Abschließend zur Strategie. Der DAX macht im Moment einen etwas indifferenten Eindruck. Am Dienstag saß er eigentlich nach Break aus. Gestern konnte dieses Signal nicht ganz bestätigt werden, sodass der Markt im Moment ein wenig in der Luft hängt. Sehen Sie es gelassen. Und heute müssen Sie meines Erachtens nicht groß und aggressiv auf der Kauf- und auch nicht auf der Verkaufsseite unterwegs sein. Achten Sie auf die Einhaltung von Stopp-Kursen und nutzen Sie Selektivchancen, da wo Sie sich ganz konkret bieten. Und hier möchte ich Sie auch in den Frankfurter Börsenbrief verweisen, den Sie bitte ergänzend zu diesem Videoticker dann auch zur Hand nehmen. Ich wünsche Ihnen einen super Börsentag, Ihr Walter Thyssen. Vielen Dank.